weiter geht's so es kann sogar noch ein zweiter kristallik dann gleich danach an die schüssen platt gemacht und tschüss alles voll mit denen hier sag mal bleibt mal ganz cool oh man oh man Das war's für heute. Meine Fresse. Warte, warte, das so blau ist. Oh, gegen Schilde, okay. Na, verflute, ich würde hoch springen. Okay. Okay, noch mehr, na klar. Oh! Das kommt überraschend. Das kommt überraschend. Na, wo bleiben die Nächsten? Klar, wenn ich schon vorbei bin. Oh, nicht schon wieder. Tolle Wurst. Okay, ich bin gleich wieder da. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Oh, man, nervt mich doch nicht. Ich hatte eben schon wieder einen Haufen Gegner noch. Oh, das kann nicht wahr sein. Es fuckt mich ab. Okay. Das bringt wohl gar nichts. Oh, von hinten schon wieder einer. Oh, das gibt's doch nicht. So ganz. Ich bin immer noch nicht. Wie jetzt? Ich komme hier nicht rein. Jetzt bin ich verarschend. Wie kam ich denn da hin? Oder ist hier noch ein Tor? Oh, läggt mich. Oh, läggt mich. Habt ihr zu viel, das war ja kein Schaden. Das wird jetzt so nicht wehtun. Bitteschön. Na toll. Großartig. Okay. Haben wir wieder was? Oh, zwei sogar. Ähm, maximale Gesundheit. Yes. Okay. Wie komme ich denn hier nochmal rein? Aaaaaaa. Na toll. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Du hast gesagt, sie seien sanft wie verdammte Kekschen. Gib mir die Knarre, du Viking. Zielt auf den Blauen. Zielt auf den Blauen. Ja, das war ziemlich düster. Bitte komm baldmöglichst zu mir zurück. Zu gern. Ich mag die Gegend hier unten mich überhaupt nicht. Wie, äh, was? Ich muss jetzt nicht ernsthaft... Och, ich muss ernsthaft zurückrennen. Ey, das kann ja nicht sein. Ich kann ja nicht ernsthaft jetzt hier rumrennen müssen. Gibt's hier keinen Schalter oder irgendwie sowas? Ich mein, ich bin ja fast gleich wieder da. Ah, 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 ah. Hier war das. Hä? Hä? Wie, das hat doch nicht geklappt. Wieso klappt das nicht? Muss ich doch springen? Ach, so ging's auch. Zwei waren es hier, hm. Na? Das tut bestimmt nicht gut. Sind die alle schon wieder hier? Ich glaub, es hackt. Wichser steigen wir gleich wieder im Level auf, ey. Und gleich unten. Erstmal verkaufen wir was hier. Ähm. Zack. 114er SMG. Und 246er Pistule. Dann machen wir die mit Explosivschaden weg. Feuer können wir auch langsam, glaub ich, weghauen. 108 mal 16. Oh, die hat nur drei Magazinen, ey. So. Komm jederzeit wieder vorbei. Iridium können wir auch gleich noch ausgeben. Wer hat dir meine Adresse gegeben? Den bringe ich um. Erstmal, ich glaub, nochmal eine Rucksack-Upgrade. Umtauf. Kannst du übrigens vergessen. Raketen. Ja. Beehren sie mich nicht wieder. Acht für Sniper. Hm. Irre Speicher erstmal. Du weißt, wo du mich findest. Du hast herausgefunden, wie die Unschalter-Crystalliken mit einem Pickel totgeschlagen wurde. Hab ich dir je meine Predigt, Allah? Das wahre Monster ist der Mensch gehalten? Fällt einem hier so ein? Iridium, sehr gut. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann. Wir machen dann in der nächsten Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge.